Die Sterne-Maps sind auch gut Nein! Ja! Dankeschön! Zu schwach Alter, als ob ich da nicht hinkomme Das war zu weit Oh, das war zu weit Nein, ich hab doch gar nicht gestorben Danke Ah, jetzt Letztes Mal liegt es beim ersten Mal, jetzt beim vierten Mal Was soll das? Bimo, du bringst beim drückten Pech Hm? Du bringst mir Pech grad Alter, war das? Ich stand vor dir Ich hab mich auf das da oben konzentriert Ich hab diese Map schonmal mit Hole in One Challenge versucht Aber ich krieg den Schuss nicht rein Ich hab's geschafft! Nein Ich bin schon bei 10 Schüssen, weil ich versuch's vom Start zum Ziel zu schießen Obwohl ich springen dann habt Warum heißen die eigentlich so Triple Boogie oder Boogie und so? Wie kommt das zustande? Weiß das jemand? Das ist irgendwas mit deinen Schlägen hat das irgendwas zu tun Boogie ist sobald du einen drüber bist Double sobald du zwei drüber bist Triple sobald du drei drüber bist Triple sobald du drei drüber bist Über Paar Was drüber? Über Paar Paar ist vier und ein Boogie wär dann fünf Ein Triple Boogie ist dann drei drüber Ja irgendwann zählt das glaube ich nicht mehr höher und ist das einfach nur noch Oh Gott Oh Gott Ne dann äh Ach Bleib doch stehen Jaauu Jauu Warum jump ich denn nicht? Oh zu weist Oh ja dieses jumpen rettet mich gerade so hart ich dachte ich könnte in neon nehmen deswegen haben sie das noch irgendwie ging das doch an hier mit l ne l war licht ich weiß gar nicht ob ich ah ok jetzt habe ich an ich bin gehüpft obwohl ich hätte hüpfen soll er muss ich denn hin da drüben muss man hin ok ok die richtung ist das ziel nein was hat mich rausgeworfen wenn dann wo das war zu weit ok da wo das teilt ist glaube ich muss auch noch mal spielen also liegen we on ok das hat nicht gerecht halte ich raste raus und da kommen 12 12 nevermind out of the box bleibe doch stehe oh mein gott bleib steh bleib steh bleib steh bleib steh bleib steh nein wer war das aber ich war das ich verarschen nein ich bin drüber gehüpft nein kann ich nicht mehr schlagen und dann springt er auf 14 das ist eine penalty dass du die max rox erreicht bei renal of strokes alter ich bin ich war da bin drüber gefallen münker hat es ins ziel geschafft das ist belastend war der einzige der es ins ziel geschafft hat ja glaube ich zumindest das kann ich mir gut vorstellen irgendwie nein auch es ist so schwer einzuschätzen ja geht doch oh gott ah ist das wieder falsch vom Schaden aus ok mhm mhm boah das war kein Meter der Prüfiger kein Kabriot ein Opfer das ich bereit war 1 oooh liegt eh rig häh warum hilft dir zur Seite Alter Bucky und ich komm nicht mal da weg. Ich hab schon wieder ausgelaufen, das kann nicht wahr sein. Ausgelaufen ist mal. Ich laufe aus, ich muss ne Windel tragen. Wird gern mal ans Ziel kommen wieder, das wär ganz nice. Das ist das vernünftige Bucky, das hätte ich auch tun sollen. Ich immaginiere, du hättest da gestanden und 5 mal versucht direkt richtig vom Ziel zu schießen. Hätte ich sein können. Ah. Es. Viel Abzweigungen hat dieses Loch. Wieso nehmt ihr alle den... Ist es egal welchen? Ist ja witzig mit dem Wasser. Ah. Wo geht das lang? Ach da ist das Ziel. Nein. Ah, natürlich. Hallo Bucky. Peter. Natürlich. Wieso? Ich hab den Fein schon Knopf gedrückt. Kurze. Kannst du nicht trotzdem noch wieder den anderen drücken und dahin zurück wo du warst? Ah doch kann ich. Null. Nice. Welches war der andere Knopf? Ja. F und R gibts. R ist am Start und F ist letzter Schlag. Nein. Wenn du aus Versehen R drückst, kannst du F drücken, dann kommst du auch wieder auf die Stelle hin. Bucky? F. Ja? Alles gut. Warum? Es sah schon fast phantasisch aus, wie du instant wieder geschossen hast. Theo Achtung! Oh, ich bin durch. Ich bin durch. Okay. Alles gut. Oh. Perfekt. Perfekt aligned jetzt. Nein! Es war zu schwach. Achso. Ich spawn dann hier. Achso. Ich hab gesprungen. Ach man. Ich hätte den fast drin gehabt. Du kannst in die Luft. Kannst du springen. Ja, ich bin gesprungen, aber es hat nicht gereicht. Du wirst dich verarschen. Einen Schlag hast du noch. Ich hab jedes mal R gedrückt, wenn ich auf dem Boden lande, weil ich dachte, ich starte am Anfang. Ach man oh. Alright. Hä, Bitmo, gibt's hier auch einen One? Da hinten ist das Loch. Ich glaub, das ist so ein Booster, oder? Du müsstest es dann auch einschließen, wenn du hier wohl einen One machen willst. Er schiebt uns nach vorne, oder? Ja. Jaja, hier ist ein Booster. Das weiß ich nicht, ich hole einen One-Challenge, sondern ein Underpar ist ein Achievement, das ich noch nicht hab hier. Das hab ich mal eine Zeit lang versucht. Oh, ich hab's fast geschafft. Moment. Oh. Oh. Ey, wer war das? Oh Gott, ja, okay. Da sollte man nicht so hart drauf schießen. Das jeetet einen am Ende auch weg. Ah. Oh, Chris. Wow. Guckt euch an, wo ich liege. Birdie, Underpar. Wo liegst du denn? Oh, du bist da hingekommen. Ey, für Widget wär das super. Dann bin ich hierher gekommen. Ende. Oh, hey Theo, warte ich helf dir. Ehre, aber fast. Fast. Ah, daneben. Oh, das ist so ein Regenbogen. Hey, einstellig. Ja, ne? Immerhin. Alter. Also die Map ist schwieriger als gestern. Die auf jeden Fall. Oder letztes Mal gestern haben wir ja nicht gefehlt. Ja, die äh, hinteren Basemaps, die sind richtig schwer. Sogar. Also es ist richtig schwer, da unverpaart zu kommen. Dann nehm ich mal in Ruhe meine Kekse essen lassen. Nein. Kekse sind ungesund, die machen dick. Lol. Und geht einfach tauchen auch. Warte, das geht doch vom Start aus. Guck mal her. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh du auch, Minka. Nein. 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 Nicht ganz. Nein, ich bin im Wasser gefangen. Vom Start aus hergekommen. Ich bin festgepackt. Nein. Wer war das? Bibo! Nein. Ich bin festgepackt. Komm mir nicht weg. Ah, jetzt. Ah. Oh, nice. Und Korze. Oh, ich treibe weiter. Du bist mit Abstand erster. Das ist fein. Ich treibe in den Schluck. So, Pucki doch ne Chance sich einzuholen. Wo muss ich hinschlagen? Da muss ich hinschlagen. Okay. Dahin. Das mit dem Spring nicht? Nein, oh, was ist doch ein Witz. Das blöde Wasser, ey. So, geht doch. Wo bin ich? Bin erster. Oh, wie gemein. Oh, die Strömung ist ja gemein. Das ist noch gar nicht das letzte Loch. Nach lange nicht. Nach lange nicht. Nach lange nicht. Nein! Oh Gott, das nächste Loch ist noch Part 6. Aber die Strömung ist gut. Einfach hüpfen und dann... Nein, dann passiert das hier. Oh Mist. Ja, du kannst du besser einfach F drücken. F drücken, was macht das nochmal? An deinen letzten Schlagpunkt zurückgehen. Pay respect. Pimo, du kannst einfach F drücken, kriegst so boing, boing, boing. Ah, geht doch. So. Ran out of time. Hä, als ob. Das hat nicht gezählt. Als ob, aber ich war drin. Da. Oh, ich bin irgendwie wieder... Ah, das ist neben der Map, okay. Hallo? Oh. Oh nein. Nein! Okay, einen Heap mach ich noch. Okay, einen Heap mach ich noch. Und dann, äh, muss ich aufhören. Sonst hab ich's nicht. Lol, ich bin auf dem Baum gelandet. Also, aufgeprallt. Halt. Oh. Nein! Cool, ich bin Erster. Oh, fucking hell. Korze. Ich hab ein Paar. Gut auf den Baum geschmissen. Oh, da bin ich fast in die Lücke geflogen. Oh Gott, ich hab ja nur noch einen Schuss. Äh. Ja. Pimo. Pimo, was hast du gemacht? Oh, das Korze. Oh, ein Maus. Ich hab ein bisschen viel rumgespampt gerade. Nein. Drei für 14. Oh. Oh, nice. Bei Tee und Lizzie. Ich dachte grad, das wär so witzig gewesen. Muenke. Ja. Trickshot. Das war so gerollt. Das war so gerollt. Nicht Scoop. Das war so gerollt.